Servus Schanzer! Liebe Schanzer, jetzt ist es soweit. Am Sonntag laufen wir das erste Mal mit unserem neuen Trikot auf. Und ihr könnt euch schon vor allen anderen ein Exemplar sichern. Das Trikot wird am Sonntag in der Stadt versteckt sein. Den entscheidenden Hinweis, wo sich das Trikot befindet, den bekommt ihr auf fci.de oder auf unserer Facebook-Seite. Also nicht verpassen, Sonntag 12 Uhr online sein, Trikot sichern und das ganze Stadion neidisch machen. Untertitelung des ZDF, 2020